Herzlich Willkommen zu der Credit Suisse Super League, 29. Runde am 22. April in der Stadion Schützenwiese, wo es heisst Winterthur gegen den Rekordmeister der Stadt Zürich. Javi wartet, bis er ein Anspiel gefunden hat. Sofort sieht er vom Herz aus. Wunderschön, er versucht Bölle in die Mitte zu spielen. Dann ist es aber nur noch der Cavabe und dann auf den Herz und der Herz. Jetzt stolpert Bölle ins Goal und er steht da 1-0 für die EZ Zürich. Wunderschön rauskombiniert, wie er da antizipiert hat der Cavabe. Der Bölle, ja, ein riesen Fehler von Winterthur. Er wollte eine Angriffsauslösung machen und der Cavabe ist einfach zwischen dem Mann gestanden. Er ist dann eigentlich wirklich mit viel Zeit, hat er zuerst überlegt, ob er schiessen soll, ob er sie machen soll. Er hat dann aber gesehen, dass der Herr... Javi. Jetzt nimmt der Bölle an die linke Seite. Jetzt mit der Flanke in die Mitte. Und dann hat Glück, dass der Burkhard hier nicht vor dem Schmied oder über dem Schmied auf der Bändigus Bolla. Und dann... Ja, dann fällt der Bolla gegen Javi als letzten Mann. Ja. Der Schiezrichter hat ganz klar gesagt, das war neu. Eventuell meint Folketschwil etwas anderes. Der Grund ist, dass er hier auf die Hand gerührt hat, ist, weil er so lange am Schauen ist. Der Abraschi wollte eine Diskussion mit dem Schiedsrichter aufnehmen. Jetzt sind wir gespannt. Es gibt Freistoß für GC und rote Karten für den FC Winterthur. Ja, jetzt hier auf dem Video ist es noch einmal ersichtlich, dass er eigentlich mit der Hand, der Bändigus Bolla, mit der Hand am Fuss noch einmal gehindert hat zum Biber. Zum vierten Mal. Ein bisschen einfacher für mich. Auf allen Fall ist jetzt das Laufduell vom Noah Losli. Oh, die Winterthur jetzt... Und jetzt der Gicius hier allein und ja, ein riesen Save von Morera. Das ist unfassbar, dass man so etwas zulässt, wenn man noch einmal mehr ist. Also es ist wirklich das typische Winterthur-Spiel. Winterthur macht das eigentlich super. Sie lassen sich in die eigene Ecke drängen, warten bis der Bolle weg ist und dann... Am Abend müssen sie anbieten für einen kurzen Ecke. Man entscheidet sich für den hohen Ballinrichtsseck. Dadaschow, schönes Kopfball-Gall vom Dadaschow. Kurz vor der Pause gelingt es Gacy da zum 2 zu 0 zu erhöhen. Schönen Eckball von Pusic. Dadaschow steigt hoch und köpft den Bolle in den linken Eck. Ja. 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 Können das Gegner angreifen. Lupfer vom Pusic. Schön in 16 rein. Herz mit Querkpass. Findet vorerst kein Abnehmer. Aber Raschi kämpft sich da mit einem Kopfball zurück. Dominik Schmid schliesst direkt ab. Uh, der wird noch gefährlich. Wer hat zwar glaube ich nicht zu einem Meter neben dem Goal vorbei. Aber der Kuster hat doch gedacht, er müsste da noch eine Parade hinlegen. Aber er ist auch wieder auf den Beinen. Es kommt dann ein weiten Ball in Richtung Ardais. Und es setzt sich da schön durch. Jetzt vielleicht Ardais. Abschluss Ardais. Uh, der verzieht nur ganz knapp 2-3 Meter. Am Goal vorbei. Ja, da muss man natürlich wach bleiben. Höch in Richtung 16. Und dort steigen alle hoch und alle verpassen. Die Wintertour aber immer noch gefährlich. Und dann wird das hensmoniert und das wird tatsächlich auch gepfiffen. Es gibt, wenn ich es richtig sehe, einen Elfmeter für den Ball. Ja, so ist es. Der leitstragende wird Dominik Schmid sein, der noch geile Karten bekommt für die Aktion. Und somit ist da der Roman Bues, der sich da den Böller schnappt. Roman Bues vom FC Winterthur rechts in der Ecke. Und tatsächlich gelingt da der Anschlusstreffer zum 2-1. Regulär zu spielen noch rund 5 Minuten. Eingwurf Winterthur. Der Kuster. Da jetzt mit dem weiten Ball Richtung führen. Da in dem Augenblick wird das Spiel abpiffen vom Fedaysan. Winterthur 1, GC 2. Das ist ein Stimmengewirr und 4-1. Was? Ja, das ist ein Stimmengewirr.